Nun ist es fix. Hans-Peter Toskozil will jetzt offen den Sturz seiner Chefin Pamela Rendi-Wagner. Er bewirbt sich um den Parteifassens. Dazu will er alle Parteimitglieder der SPÖ befragen. Sie sollen entscheiden, wer der bessere Kandidat für die Führung der Partei und die Nationalratswahl im kommenden Jahr ist. Mit diesem Schritt ist das Ringen um die SPÖ-Spitze eröffnet. Untertitelung des ZDF für funk, 2017